Jetzt, die österreichischen Fans halten ganz, ganz fest die Daumen, denn jetzt kommt der zweite Flug von Stefan Kraft. Er hat sich im ersten Durchgang absetzen können in seiner Gruppe von der Konkurrenz. Jetzt geht es um viel, um sehr viel für Österreich. Er liegt schon wieder gut draußen. Kann er den noch einmal so weit runterziehen? Er kann, er kann, super! Und da ist sie wieder, die Doppelfaust von Stefan Kraft. Die Basis ist gelegt, das waren nach 225,5 Metern im ersten Durchgang, im zweiten 230 Meter. Ganz starker Sprung, super die Kanten getroffen, da gleich in der Flugposition, da macht er keinen Ackler mehr. Und da in circa Nobe, also das war wirklich der perfekte Abschluss von Kraft von einem super Kumpel. Die Punkte-Richter sind sich schon wieder so uneinig. Der ist ein 17er dabei und ein 19er, genauso, dreimal, nein, zweimal 18, 5 und 18, 0. Bitte, den muss ich aber immer 19 geben. Supersprung. Der Norweger gibt ihm 17, 0. Der hat Angst, dass Österreich da noch zu nahe rücken könnte offensichtlich.